Ich bin schon beeindruckt, wie viele Leute hier sind heute. Für mich ist es heute ziemlich schwierig, also Cori Neuhaus zu vertreten geht nicht. Ich möchte ein bisschen was über mich erzählen, beziehungsweise mit allen heute so ein bisschen den Blickwinkel auf ADHS und Neurodiversität vielleicht erweitern. Ich habe so gerade überlegt, vor etwa 20 Jahren bin ich regelmäßig nach Hessen gefahren, nach Frankfurt, zu Dagmar Dietz in Veranstaltungen von dortigen Forum. Wir haben da die Kellner im Restaurant in der dortigen Halle zur Weißbüt gebracht, weil man sich tatsächlich nicht merken konnte, was man bestellt hat. Ich bin immer wieder zu diesen Veranstaltungen gefahren. Ich habe ganz, ganz wenig über ADHS damals gewusst. Ich bin 1998 auf dieses Thema gekommen als Assistenzarzt in Bad Bramstedt auf der Borderline-Station und eine Erzieherin, die ich als Patientin hatte, die hat mich gefragt, was wird denn eigentlich aus meiner Tochter, die hyperaktiv ist, wenn die erwachsen ist. Und ich muss gestehen, damals wusste ich gar nichts über ADHS. Ich war auch in einigen Bereichen halt ziemlich sicher, dass das ein Thema ist, was mich nichts angeht. Also ich bin Erwachsenenpsychiatr. Ich war damals ziemlich sicher, dass ich nie im Leben Kinder haben würde, weil ich mich als total beziehungsunfähig gehalten hatte und dann auch dachte, es ist vielleicht besser, keine Kinder in die Welt zu setzen. Und diese blöde Erzieherin, die fing dann halt an, dass sie halt so erzählt, dass sie halt eine Tochter hat, die verhaltensauffällig sei. Das war mir relativ klar, weil diese Frau, die war halt schon ziemlich merkwürdig und unruhig und so. Und dieses andere Kind sollte halt hyperaktiv sein. Und mir war völlig unklar, wo da der Unterschied ist. Gut. Die redete dann von irgendwas mit ADD, also Attention Deficit Disorder. Und es passte halt so schön, da gab es gerade einen Spiegel. Und da war halt die Überschrift, also Ritalin ist Gift. Und wenn ich mir mit irgendetwas sicher war, dann, dass man auf keinen Fall irgendwelche Drogen an Kinder geben sollte. So, das war so mein Stand 1998. Und dann kam diese Frau und stellte mir halt so ein paar Fragen. Nämlich erstens, was sind denn eigentlich die Besonderheiten von Hyperaktivität und speziell ist das auch bei Mädchen? Die zweite Frage war, wächst sich das aus? Ich habe dann bei einem gewissen Herrn Döpfner angerufen, so einen Berufsprofessor. Und der erklärte mir dann, ja, das wächst sich halt aus, wenn die Kinder 17 Jahre, 364 Tage und ein paar Stunden werden. Und das war dann der Beginn bei mir, dass Zweifel kam. Weil das konnte ich mir dann nicht erklären. Und wenn ich irgendetwas wusste, dann, dass diese Aussage, ADHS gibt es nicht bei Erwachsenen, nicht stimmen kann. Aber ich habe auch niemanden gefunden, der mir da weitergeholfen hat. Wie der Zufall so wollte, bin ich dann halt an Frau Neuhaus geraten und die hat dann am Telefon gesagt, so wie du quatscht, hast du das selber. Da waren ja meine Vorurteile so richtig bestätigt. Der Punkt war natürlich, also vorschnelle Diagnostik, ohne überhaupt irgendetwas über mich zu wissen. Und dann habe ich halt so gesagt, ich habe das zweitbeste Abi in der Schule gemacht. Ich habe ja immer in Medizin studiert, ich arbeite als Assistenzarzt. Gut, dass ich halt 13 Jahre meine Doktorarbeit nicht fertig bekommen habe. Dass ich zweimal im Jahr hinten, also vom Stuhl in den Gruppen durchs Kippeln gefallen bin, dass ich ständig am Bad genestet habe. Also, das konnte sie ja nicht wissen. Dachte ich. Auf jeden Fall wusste ich halt, da ist irgendwie mehr dran. Ich wusste nicht was, aber ich bin dann halt, wie gesagt, regelmäßig nach Frankfurt gefahren und dann auch nach Koblenz, zu anderen Veranstaltungen. Und wir haben dann mit Piero Rossi eine Webseite aufgemacht, also ADD Online, was eine der ersten Informationsmöglichkeiten war, neben den Hyppies von Michael Garnatz, oder Heike und Michael Garnatz. Also, das heißt, es ist heute jetzt 20 Jahre her. Und mit Corinne Neuhaus hatte mich zumindest eine sehr lange gemeinsame Wegstrecke verbunden. Die ist leider jetzt aus dem gemeinsamen Arbeitskreis, dem ADD-Forum, ausgetreten. Aber vieles, was ich jetzt hier erzähle, ist nicht allein das, was von mir kommt, sondern es ist halt eine Sichtweise auf ADHS und Neurodiversität, wo ganz viele Leute dahinter stecken. Also, zum Beispiel Hans Biegert von der Hebo-Schule, Dr. Troll aus Berlin, Piet Alther, ein Kinder- und Jugendsochiater aus der Pfalz. Also ganz, ganz viele Leute, die sich seit 20, 30, 40 Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Und uns allen ist gemeinsam, dass wir ADHS ganz sicher nicht nur als Krankheit sehen, sondern als eine Begabung oder als eine Besonderheit. Und dass es halt nicht darum geht, jetzt irgendwie Kinder, Jugendliche oder Erwachsene zu stigmatisieren, sondern dass es darum geht, etwas zu schaffen, was ich immer ganz gerne abgeregter Haltung nehme. Und der erste Teil, da werden Sie halt von mir gar nicht so viel als Arzt oder als Psychotherapeut hören, sondern da bin ich eher Papa. Also ich habe inzwischen zwei bis vier Kinder und zwei Enkel. Also zwei bis vier, so ein bisschen, als ich meine Frau dann kennengelernt habe, war sie halt schon Mama einer 17- und einer 19-Jährigen. Da bin ich jetzt gerade Opa und Oma geworden. Aber die Kinder, die ich selber sozusagen mit Romy hatte, die waren dann halt auch so besonders. Und mein Jonas, der könnte jetzt hier den Vortrag auch halten, das würden Sie gar nicht merken. Er sieht mir also wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Er ist jetzt natürlich ein bisschen jünger. Der hat auch so ganz merkwürdige Schwierigkeiten. Also sagen wir mal so, die Lehrer verstehen nicht immer das, was in seinem Kopf so vorgeht. Und wir haben jetzt aber Glück nach dem Schulwechsel, dass die Schule erkannt hat, dass es halt so etwas wie Schulranzenmonster gibt. Also die halt so Berichte von den Lehrern an uns Eltern halt irgendwie auffressen. Und mir ist es halt ganz, ganz wichtig, also jetzt vor allem für Lehrer, aber auch für Schulbegleiter. Also mein jüngerer Sohn Hannes hat eine schwere Dyspraxie, der wird wahrscheinlich nie einen Schulabschluss schaffen. Aber der hat eine Schulbegleitung. Und Schulbegleiter, Lehrer, Erzieher sind für mich ganz, ganz wichtig, weil sie machen den Unterschied. Und ja, dazu möchte ich halt noch ein bisschen was nachher sagen. Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann hört man halt so in der Öffentlichkeit alles Mögliche. Also man hört, es gibt Millionen von Ursachen und Sichtweisen auf dieses Thema ADHS. Und dann gibt es so ein paar Leute, die sagen halt einfach, nö, gibt's nicht. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Also das heißt, alle die, die jetzt so der Meinung sind, ADHS gibt es nicht, denen ist halt auch irgendwie schwer zu helfen. Das ist so ein bisschen, wie man Naturgesetze anzweifelt. Worüber wir uns unterhalten können, ist, wodurch entsteht der Leidensdruck. Also das heißt, hat jemand, der ADHS hat, Leidensdruck durch die ADHS-Symptomatik oder eher durch die Reaktion der Umwelt? Also das heißt, wenn ich halt mit meinen Besonderheiten nicht wertgeschätzt werde, wenn ich nicht gefördert werde, dann entsteht ein Anpassungsversagen beziehungsweise eine Anpassungsbehinderung und eben auch ganz, ganz erhebliche Störungen. Ich arbeite jetzt als stellvertretender Chef in einer, ich sag mal, super Luxus-Privatklinik. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da jemals lande und natürlich hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mit dem Thema ADHS was zu tun habe. Aber bei unseren Klienten, die wir jetzt haben, das sind halt häufig Manager, das sind Unternehmer, das sind Künstler, das sind zu 50% Lehrer. Also Lehrer ist eine Diagnose und kein Beruf. Und bei deren gibt es natürlich kein ADHS, also es schließt sich doppelt aus. Und trotzdem ist es so, dass zumindest in der Gruppe der Patienten, die ich habe, der Anteil der ADHS-Diagnosen exponentiell steigt. Und ich möchte halt ein bisschen begründen, warum das so ist und fange dann eben nochmal tatsächlich mit den Lehrern an. Also für die, die jetzt Englisch nicht so können, also jeder von uns, der nicht so wie ich aus dem Lehrerhaushalt kommt, fragt sich natürlich, was macht eigentlich so ein Lehrer den ganzen Tag, also wenn er halt diese 10 Stunden oder 20 Stunden Unterricht hat. und Peppermint Petty ist halt so einer der verträumten ADHSler. Und Charlie Brown erfasst das eigentlich ganz gut. Also ein Lehrer macht den Unterschied. Also das heißt, ob ein Lehrer sich auf die Schüler einstellen kann oder das halt gerade nicht will, macht einen Unterschied. Und da ist mein Jonas ein super Beispiel. Er ging in die siebte Klasse des Gymnasiums, hatte einen Geschichts- und Physiklehrer, bei dem er halt auf 5 stand und in allen anderen Fechern stand er auf 2 und 1. Dann haben wir versucht, mit diesem Lehrer zu reden. Also klitzekleine Unterschiede. Also das heißt, es wäre hilfreich, wenn er überprüft, ob man Jonas ins Hausaufgabenheft aufschreibt, ob er Hausaufgaben auf hat. Weil das kann ich nicht erahnen als Elternteil. Das Zweite, ich hatte halt darum gebeten, dass Jonas halt so weit vorne sitzt, dass er halt nicht weiter abgelenkt wird. Und das Dritte war, dass wir frühzeitig Rückmeldungen bekommen, wenn die Leistungen halt nicht den Erwartungen entsprechen. Diese Absprachen waren noch nicht mal eine Woche alt und dann waren sie vergessen. Jetzt ist es halt so, wir haben gegen meinen Willen, sag ich mal, unseren Sohn auf einer anderen Schule, wo wir 600 Euro Geld zahlen, wo er jetzt sozusagen die gesamte Straße inzwischen ihre Kinder hinschickt, 30 oder 35 Kilometer von uns zu Hause. Dort wird nicht mehr gemacht als Rückmeldung an die Eltern, überprüfen der Hausaufgaben, also in diesem Fall auch noch mit dem Silenzium, das heißt, da werden die Hausaufgaben in der Schule gemacht und es wird eine positiv wertschätzende Grundhaltung gegenüber den Schülern angenommen. Für mich absolute Selbstverständlichkeit und für jeden Lehrer und deshalb wird man Lehrer. Und es ist ein klitzekleiner Unterschied und plötzlich ist Jonas in Geschichte und in Physik auf zwei. Plötzlich macht ihm sogar Latein Spaß, weil er festgestellt hat, dass sein Lateinlehrer die gleichen YouTube-Channels anguckt wie er. Also die Sache hängt halt mit davon ab, ob man halt das, was man macht, liebt und ich möchte halt, dass quasi auch alle Schulbegleiter, alle Lehrer, alle Erzieher sich auch so ein bisschen in die ADHSler oder Neurodiversen Kinder verlieben, so wie ich das gemacht habe. Was auch mit Hessen zu tun hat, in Laubach gibt es halt Tokol als früher Selbsthilfegruppe, jetzt ist es eher so ein Veranstalter von Freizeiten für Jugendliche aus dem Neurodiversitätsspektrum. Und um überhaupt zu erklären, was ich mit Neurodiversität meine, neben ADHS, also ADHS ist nicht etwas, was jetzt sozusagen nur aus Hyperaktualität, Impulskontrollstörungen und Unaufmerksamkeit besteht, was da alles mit rein spielt, das versuche ich halt heute zu erklären. Aber zum Beispiel jetzt bei meinem jüngeren Sohn, Dyspraxie ist halt eine Koordinations- und Bewegungsstörung. Da sind, also die Kinder haben halt große Schwierigkeiten, zum Beispiel einfache motorische Sachen wie Streifebinden hinzubekommen. Ich selber brauche eine Dyspraxie, aber die ist begrenzt sozusagen auf Tanzschulen. Also ich habe immer wieder versucht, tanzen zu lernen, auch wirklich verzweifelt, aber ich kriege das einfach nicht hin. Also Bewegungsabläufe, Dinge zu koordinieren, aber auch Größenordnungen, also Mengengrößenordnungen richtig zuordnen, das geht dann natürlich auch sehr stark in den Bereich der Dyskalkulie, also Mathe-Störung. Und die Schwierigkeit ist halt, viele dieser Sachen kommen gemeinsam vor. Also noch vor 20, 30 Jahren hätten wir bei ADHS von der minimalen zerebralen Dysfunktion gesprochen. Wir hätten die Kinder halt, also wie auch mich, in so Sportgruppen für Bewegungslegastheniker gebracht. Also das war das. Also für mich war Sport immer ein Graus. Jetzt arbeite ich in einer Klinik, wo Sport ganz, ganz wichtig ist. Aber das Entscheidende ist halt, diese Begriffe, da könnten wir jetzt noch ganz viele weitere dazu nehmen, also zentrale auditive Wahrnehmungsstörungen, sensorische Integrationsstörungen, vielleicht sogar noch Winkelfehlsichtigkeit und, und, und. Also es gibt jede Menge Begriffe und eigentlich reden wir aber immer wieder über die gleiche Gruppe von Kindern. Und diese Gruppe ist gar nicht so klein. Also wir reden von mindestens 4,7 Prozent Kindern, die sozusagen die Kriterien des ADHS erfüllen. Insgesamt geht es aber um 20 Prozent Kinder, die anders sind als andere. Und diese 20 Prozent fallen nicht immer nur durch Störverhalten auf, sondern das ist jetzt ja auch in den Grußwolltern schon dargestellt worden. Das sind zu einem ganz, ganz großen Teil diejenigen, die tatsächlich dann Vereinsarbeit machen, die über den zweiten, dritten, vierten Bildungsweg erfolgreich werden. Mein Vater war erst Maurer, dann hat er erst den Abschluss nachgemacht, Abitur nachgemacht. Er hat in Braunschweig Architektur studiert und da hieß es dann, dass das so ein komischer Kerl war, der halt immer den Nescafé über dem Bunsenbrenner verbündet hat. Ich weiß nicht, von wem ich dieses komische Adi-Heiß hab. Weil meine Mutter ist mindestens genauso chaotisch, hält sich aber für die strukturierteste Person der Welt. Wir hatten letztes Wochenende, 90. Geburtstag ihres Lebensgefährten. Wir haben, mit meinen Kindern war ich nie in der Notaufnahme mit meiner Mutter am 90. Geburtstag ihres Lebensgefährten. Also Adi-Heiß ist etwas von der Wiege bis zur Ware, also das heißt, das betrifft alle Altersgruppen und diese Besonderheiten gehen weit über das Turmbeutel vergessen. Aber wenn Sie so jemanden im Haushalt haben, also wo der Kopf nicht angewachsen ist und der sich halt alles aufschreiben muss und der, was noch viel schlimmer ist, der weiß, dass es aufgeschrieben hat oder der weiß, dass er Hausaufgaben gemacht hat, aber sie nicht abgibt, dann sind wir halt schon bei einem Bereich, wo es nicht allein um Konzentrationsprobleme geht, sondern um etwas, was mir heute den ganzen Tag über wichtig ist, höhere Handlungsfunktionen des Gehirns. Also Adi-Heiß ist weit mehr als Konzentrationsmangel oder Unruhe oder Störverhalten, sondern Adi-Heiß ist etwas, was jetzt immer wieder so auftaucht, sowas wie die Impotenz des Gehirns. Wir möchten es richtig machen und wir kriegen es aber nicht hin. Und ich habe jetzt am Mittwoch oder eigentlich am Montag habe ich eine Patientin, die kam zu mir, gar nicht wegen ADHS, die hat über 200 Stunden Psychotherapie hinter sich, ist eine sehr gebildete Frau, gibt selber Kurse als Coach, nicht im ADHS-Bereich, sondern im Business-Bereich, und die beschrieb sich so selber wie eine Boje, die halt keinen Anker hat. Also sie treibt sozusagen im Meer und im Meer. Und dann habe ich halt so gesagt, Mensch, Sie haben jetzt schon so viel mit Therapien gemacht, Sie kriegen ja mit, ich gebe sehr vielen meiner Patienten Psychostimulanzien, wollen wir nicht auch mal bei Ihnen gucken, ob das so mit ADHS was zu tun hat. Und dann meinte sie, nee, nee, also sie wäre zwar als Kind halt wegen Sprachproblemen in Behandlung gewesen und sie hätte halt ganz, ganz viel Ergotherapie bekommen, aber ADHS hätte sie sicher nicht. So, dann habe ich halt, ich habe das ehrlich gesagt dann nochmal mit ihr besprochen, am Montag kriegte sie dann 30 Milligramm Elvanse, also ein Psychostimulanz, was so ähnlich ist wie Ritalin, und dann habe ich das ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ja, es war echt peinlich, aber es war tatsächlich so, sie kam am Mittwoch zu mir zur Visite und die wirkte so anders. Und ich habe gar nicht mehr, also ich habe dann halt mich befreut, dass so die Gesamtbehandlung in der Klinik offenbar so gut anspricht, habe ich so gefragt, woran lag denn das, greifen die Entspannungsverfahren, wie ist die Psychotherapie, machen sie Sport. Und dann hat sie gesagt, sie glaubt ja nicht, dass das was damit zu tun hat, aber ich müsste mir jetzt halt den Unterschied in etwa so vorstellen, vorher stand ihr Kopf aus so einer großen Tüte voller sehr glitzernder, sehr schöner, bunter Steine. Und jetzt mit dem Elvanse ist es plötzlich sortiert. Das heißt, sie kann sie nach Farben sortieren, sie kann sie nach Größe sortieren, sie kann sie nach wichtig und unwichtig sortieren, und was viel wichtiger ist, sie kann sozusagen den ganzen emotionalen Sondermüll, der um sie herum ist, den kann sie draußen lassen. Und da habe ich so gedacht, eine sehr viel schönere Beschreibung als das, worum es jetzt geht, gibt es gar nicht. Und das ist halt etwas, was ganz, ganz viele meiner Patienten jeden Tag neu berichten. Ich stehe da immer wirklich so, wie so ein Kleinkind, das staunt, weil für diese Frau und für meinen Sohn und für viele Kinder ist das Leben ohne das Medikament hier das Selbstverständliche. Das Durcheinander, das tagtägliche Anstrengende, das Normale. Und das Andere, dass das auch anders sein kann, dass es Menschen gibt, bei denen das nicht so anstrengend ist, wo es nicht so ein Durcheinander ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und mir ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir sozusagen die Perspektive der Kinder oder der ADHS-Betroffenen aufnehmen. Und was eben ja auch nicht zu den klassischen ADHS-Kriterien gehört. Also haben Sie das Gefühl, dass Sie oder Ihr Kind Emotionen anders erlebt, also intensiver, plötzlicher, unberechenbar, als die Menschen um Sie herum. Also ADHS ist eben auch eine emotionale Störung oder Besonderheit. Das heißt, das was toll ist, ein Kind mit ADHS kann sich an der Kleinigkeit total begeistern. Das wäre wirklich toll, wenn es immer nur die Begeisterungen sind. Also weil, diese Woche wollte ich halt meinen Sohn gerne umtauschen. Es reicht eine Kleinigkeit und die Kinder sind total auf Absturz und nichts und niemand erreicht sie erst mal. Aber Gott sei Dank ist es halt so, dass das nicht lange anhaltend ist. Also die affektive Labilität, die Stimmenschwankung, die Kleinigkeit, das also eine Kleinigkeit ein Kind aus dem Gleichgewicht bringt, geht weit über das hinaus, was andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene so mitbringen. Und jetzt kommt halt die Schwierigkeit, wenn ich als Papa ADHS habe und meinen Sohn auch, dann schaukeln wir uns gegenseitig in bestimmten Situationen auf. Und ich habe das jetzt zwar nicht als Folie, aber mir ist es sehr klar geworden an dem Babybäll-Drama, was ich bei uns vor einigen Jahren abgespielt habe. Meine Frau kam auf die für mich völlig unverständliche Idee, Babybäll-Käse zu besorgen. Mein Jonas poolte halt an dieser Wachsschicht und poolte und poolte, seine Fingernägel waren rot und ich wusste, was passiert. Also ich sah es sozusagen vor meinem geistigen Auge, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, Sie kennen dieses Gefühl. Also wenn Sie jetzt genau wissen, Ihr Kind breitet Ihnen jetzt in den nächsten zehn Minuten die größte Katastrophe. Also ich habe das auch so für den 90. Geburtstag erwartet, aber da sind die Kinder ja immer super lieb und nett und aber am eigenen Esstisch. So, was war? Jonas poolte den ganzen Wachs ab, macht den Käse auf und sagt, ich mag den Käse nicht. Und dann kam von Homi, Martin, dann isst du ihn. Mein innerer Pegel ging immer weiter und weiter hoch. Ich war, ich wusste gar nicht, auf wen ich mehr sauer sein sollte, auf Jonas oder auf meine Frau. Und das kommt nachher nochmal, ich habe jetzt bei den Dänen gelernt, es gibt so etwas, was neurotypische Menschen haben, das nennt sich Pytknappen. Weiß jemand, was ein Pytknappen ist? Also Pyt steht sozusagen, also Pytknappen ist eine Art Ausschalter, wo man etwas nicht persönlich nimmt. Also das heißt, wo man so zurücktreten kann und sich nicht über etwas auflegt. Also, ich bin da echt ein Montagsmodell in dieser Hinsicht. Der ist garantiert in der Sehnenausstattung bei mir nicht mitgeliefert worden. Und bei vielen ADHS-Fern auch nicht. Also das heißt, es reicht halt so, als ob jemand diesen Knopf, beziehungsweise den Alarmknopf gedrückt hat und mein Gehirn war von 0 auf 180. Und dann habe ich mir aber überlegt, verdammt nochmal, warum regst du dich über dieses Baby-Bail-Problem so auf? Also warum nervt es dich, dass dein Sohn diesen Käse nicht isst? Ganz einfache Antwort, als ich dann ein bisschen ruhiger war. Vor 30 Jahren habe ich das genauso am Hasenburger Weg in Lüneburg bei meiner Mutter gemacht. Und das ist halt das Problem, weshalb man sich nicht nur mit dem Kinder-ADHS beschäftigen muss, sondern eben auch, wir werden halt irgendwann älter, wir haben selber Kinder oder wir haben Enkel. Und dann werden die Hilflosigkeitserfahrung, die wir selber als Kinder erlebt haben, die erleben wir dann nochmal aus der Perspektive der Eltern. Und es ist doppelt und dreifach schwierig, weil diese Hilflosigkeitserfahrung, die klingen bei ADHS-Lern nicht ab. Das heißt, die wären nicht älter. Das fühlte sich für mich auch so an, als ob es gestern gewesen wäre. Und das ist etwas, was man eigentlich nur aus der Traumatherapie kennt. Also dass man sozusagen getriggert wird von Hilflosigkeitserfahrung von früher. Auch noch etwas aus dem Hause Winkler. Meine Frau hat, also wir mussten jetzt innerhalb der Prozesszeit zwei Autos gebraucht kaufen. Und meine Frau kam dann auf die Idee, einen gebrauchten Automatik zu kaufen. Also nachdem wir immer Schaltgetriebe gefahren haben. Und diese Persönlichkeitsvariante bei ADHS oder Neurodiversität müssen Sie sich so ein bisschen so vorstellen, als ob Sie ihr Leben lang ein Schaltgetriebe gefahren sind und plötzlich Automatik fahren. Oder alle anderen sagen halt, es gibt halt nur Schaltgetriebe und Sie setzen sich halt in eine Automatik. Bei meiner Frau, die fährt viel, viel besser Auto als ich und hat viel mehr Erfahrung mit Autos. Aber sie hat halt den Fehler gemacht, dass sie dort auf die rechte Seite gegangen ist, wo man die Gänge nochmal schalten kann. Also das heißt, sie war dann quasi im ersten Gang, ist losgefahren und nach 300 Meter fuhr das Auto nicht mehr weiter. Weil er einfach nicht mehr hochschaltete. Und bei ADHS ist es halt sehr ähnlich. Alle anderen haben halt offensichtlich eine Betriebsanleitung für ein neurotypisches, also für ein normales Leben. Nur für einen selber gelten diese Regeln nicht. Man hat ganz andere Regulationsmechanismen, wie das Auto oder das Gehirn sozusagen angeht, wie es bremst, wie es halt auf Situationen reagiert. Und dann sagen halt die Fahrlehrer, also in diesem Fall die Erzieher und die Lehrer, macht das bitte so wie alle neurotypischen. Das geht nicht. Das Verrückte ist, dass es manchmal andersherum geht. Also das heißt, wenn sich die Neurotypiker an die Fahrbedingungen der ADHSler oder der Hochsensiblen oder der Autisten halten würden, dann hätten es alle etwas leichter. Und das heißt nicht, dass diese Regeln besser sind, aber es geht sozusagen um ein paar Fahrregeln, die ich halt heute mit Ihnen besprechen möchte, dass man zum Beispiel Auszeiten braucht, dass man Ruhezeiten braucht, dass die Klassen nicht zu groß sein dürfen, dass man versucht, kindgerechte Bahnbedingungen in den Schulen zu schaffen, dass man die Lehrer dementsprechend auch unterstützt, dass sie halt weitergebildet werden, aber dass sie auch Selbstfürsorge betreiben können. Also das heißt, dass man halt auch Chancen hat, mit diesen ganzen Besonderheiten von Stress und sowas umzugehen. Sonst wären die ganzen Lehrer ja nicht bei mir in der Klinik. So, ein kleines Rätsel. Wer könnte das sein? In der Schule war L. brillant, aber von den trockenen Lektionen gelangweilt. Er verbrachte die Unterrichtszeit damit, andere Schüler zu verarschen und zu schikanieren. L. war oft störend in der Klasse und verspottete seine Lehrer, was dazu führte, dass sie sich weigerten, ihn als Schüler zu haben. L. scheiterte an der Kunsthochschulprüfung trotz der Hilfe von Professoren und verließ das College ein Jahr vor dem Ende. Ich behaupte mal, jeder Lehrer hat jetzt etwas von L. Hat jemand eine Idee, also was für ein Beruf dieser L gewählt hat? Also das ist John Lennon von den Beatles. Also ich weiß nicht, ob das ein ADHSler ist, aber das wäre sozusagen die typische Karriere eines ADHSlers. Dann diese Frau, dieses Mädchen ist keine ADHSlerin, sondern hat einen Asperger-Autismus. Ich spreche das nur in diesem Zusammenhang an, weil auch ADHSler einen ungeheuren Gerechtigkeitssinn haben. Und die Intoleranz für Ungerechtigkeit ist natürlich jetzt bei Autisten noch stärker ausgeprägt, beziehungsweise diese Wahrnehmung, dass man etwas wahrnimmt und erkennt, ich muss etwas tun, auch wenn alle anderen dann sagen, nö, das geht doch 30, 40 Jahre, mach das mal so weiter. Haben wir immer so gemacht. Jemand mit ADHS hat das gleiche Ungerechtigkeitsgefühl und den gleichen Drang, etwas zu verändern. Als ich so alt war, nee, etwas jünger als die Greta in der vierten Klasse, hatte ich einen holländischen Mitschüler, der sollte nicht aufs Gymnasium, weil er halt in Deutschland eine 6 hatte. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie ich halt auf die Barrikaden gegangen bin, also beim Schulamt, bei der Direktion, dass dieser Paul aufs Gymnasium kommt, weil er halt von allen anderen Leistungen halt auf jeden Fall Gymnasialniveau hatte. Was ich nicht wusste, ist, dass seine Eltern schon längst dafür gesorgt hatten, dass er zwar auf die Realschule kommt, dort aber eine spezielle Förderung bekommen, zwei Fremdsprachen und dann in der zehnten Klasse aufs Gymnasium sollte. Ich kann mich an nichts erinnern, was ich in der vierten Klasse gelernt habe. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich halt quasi amok gelaufen bin wegen dieser Ungerechtigkeit. Und das ist auch schon ziemlich verbohrt. Sie können sich aber vielleicht vorstellen, was das bei anderen Kindern bedeutet, wenn die halt irgendwo Ungerechtigkeit erleben, die können nicht mehr zurückschalten. Also es ist wie so ein Getriebeschaden, die bleiben dann in diesem Thema und das führt dazu, dass sie halt sich auch quasi zum Affen machen. Und sie brauchen halt Menschen, die das erkennen und die sie da auch ein Stück weit wieder rausholen. Weil sonst ist sozusagen alles andere um einen herum quasi vergessen. Damals hat kein Mensch dran gedacht, dass ich ADHS haben könnte. Also ich bin zwar auf Legasthenie untersucht worden, weil ich halt so bestimmte Begriffe immer wieder falsch geschrieben habe. Also in einem Diktat, irgendwie Schiff oder sowas, habe ich dann sechsmal anders geschrieben und habe dafür sechs Fehler bekommen. Dafür habe ich die schwierigen Wörter alle richtig gehabt. Das ist schon den Lehrern aufgefallen. Aber kein Mensch würde auf die Idee kommen, dass ein Schüler, der auf eins irgendwie in fast ein Fächern steht, dass der ADHS hat. Was aber auch niemand mitbekommen hat, ist, dass ich mir Dinge nicht merken konnte. Also in der vierten Klasse hatte ich das Problem, dass hier meine Finger so wehtaten vom Schreiben, weil ich halt immer wieder Sachen sozusagen abgeschrieben habe, weil ich sie mir nicht merken konnte. Ich habe dann halt durch Zufall auf dem Dachboden eine Schreibmaschine gefunden und so ein Anleitungsheft für Schreibmaschine schreiben. Dann habe ich die Sachen auf eine Karteikarte geschrieben. Mit der Schreibmaschine. Und dann habe ich halt mit Gelbmarker die Sachen auf der Karteikarte mir nochmal gemerkt. Ich konnte mir die Dinge nicht merken. beziehungsweise nur mit extrem viel Anstrengung, aber kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass ich das nicht kann, weil ich ja einer der besten Schüler auf der Grundschule war. Für mich war das normal. Also ich kann jetzt sehr gut Schreibmaschine schreiben. Wenn ich aber nicht so gut bin, wenn ich solche Tricks nicht habe, dann glaube ich halt, dann ist die Überzeugung als Schüler, ich bin doof. Ich habe Alzheimer. Und ich habe einen 18-Jährigen gehabt, der sich deshalb umbringen wollte. Also er hat genauso wie ich dann sich Sachen nicht merken können und er meinte halt, er hat Alzheimer im Vorbestand. Methylphenidat oder Elvanse, also das Amphetaminpräparat, das wirkt wie so ein Gelbstift oder Gelbmarker fürs Gehirn. Die Schüler können sich plötzlich Dinge merken, die sie sich vorher nicht merken können. Es wäre für mich eine riesen Erleichterung gewesen, wenn ich das gewusst hätte. Ich meine, es wäre niemand auf die Idee gekommen, mir Methylphenidat oder sowas zu geben, weil ich ja nicht zappelig war. Und ich war nicht schlecht, ich habe den Unterricht nicht gestört. Im Gegenteil, ich habe immer mit meinen vorlauten Bemerkungen den Unterricht gefördert. Meinte ich. Aber die Lehrer mochten mich. Und ich habe jetzt, also wir hatten dann irgendwann ein 40-jähriges Abi-Treffen und ich habe auf einer der letzten Veranstaltungen in Hagen habe ich drei Mitschüler, also nicht aus meinem Lehrgang, sondern da drunter getroffen. Und wir haben festgestellt, dass von den besten Schülern unseres Jahrgangs fast alle ADHS haben. Also das heißt, diese Fehleinschätzung, dass das immer nur die Schulversager betrifft, ist völliger Quatsch. Wir hatten halt nur Strategien, uns da irgendwie durchzumogen. Und insofern, diese Neurodiversität kann dann halt enorme Vorteile bringen, zumindest für diese Katze, die hat jetzt ja zwei Nennys und ein Haus und sowas. So ähnlich sah es auf dem Schreibtisch von einem leitenden Oberarzt in Mainz aus. Ich hatte sozusagen dort, wo jetzt, wie heißt die Katze, Schuppett oder so ähnlich. Dort auf der Seite hatte ich meinen Schreibtisch. Auch bei Ärzten gibt es ADHS und man muss halt nur seinen Chaos überblicken. Karl Lagerfeld hat über 300.000 Bücher, er war sehr spendabel, aber er hat nie einen Führerschein geschafft. Braucht er ja auch nicht. Der hatte halt seine Chauffeure. Aber Lagerfeld hatte eben auch ganz erhebliche Koordinationsprobleme. Ob er ADHS hat, weiß ich nicht. Ist auch egal, aber er hat auf jeden Fall eine Dyspraxie gehabt und ist trotzdem halt ein extrem bekannter Modedesignor gewesen. Und hat viel gezeichnet. Also das heißt, man erkennt immer nur einen Teil der Stärken und der Schwächen. Bei ADHS-Kindern ist es aber so, man fällt dann halt häufig bei dem Störverhalten ein. Und das ist eigentlich gar nicht ADHS, das ist eine Störung mit oppositionerem Trotzverhalten, beziehungsweise eine Störung des Sozialverhaltens und das ist eine ganz eigenständige, zusätzliche Erkrankung. Wir hatten schon in den Grußwörtern ein bisschen was zu den ganzen Stärken. Aber ich finde, man sollte sich das halt noch mal klar machen. Also erstens, ADHSler denken anders. Ich habe jetzt diese Folie rausgenommen, aber ich habe das Beispiel mit der Nadel. Also das war für mich schon schön, das hat jetzt nichts direkt mit ADHS zu tun. Aber eine normale Nähnadel hat natürlich so diese Öse, wo der Faden reinkommt, oben. Und dann ist irgendwann jemand auf die Idee gekommen, für eine mechanische Nähmaschine geht das nicht. Das heißt, er hat das genau auf den Kopf gestellt. Er hat sozusagen den Faden unten eingefädelt und hat damit eine Nähmaschine erfunden. So etwas ist sehr, sehr typisch für ADHS-Wer. Also aus dem normalen Denken raus in einen neuen Bezugsrahmen bringen. Da dürfen Sie aber nicht unbedingt verbeamtet sein. Also das sage ich jetzt halt, viele meiner Beamten haben die Schwierigkeit, dass sie halt mit diesem neurotypischen Denken nicht zurechtkommen. Die haben andere Ideen, sind dann aber in einem Umfeld, wo das nicht gefragt ist. Und ADHSler sind halt Beispiele dafür, dass man anders denkt und auch, dass man halt etwas hat, was man den Hyperfokus nennt. Also das heißt, man begeistert sich plötzlich für ein Thema und ist ganz Feuer und Flamme in diesem Thema. Leider hält das meistens nicht besonders lange an. Also das heißt, für eine Zeit interessieren sich dann die Kinder für Mähdresche und können ihnen alles Mögliche über Mähdresche erzählen. Und sie denken, was für ein aufgewecktes Kind. Und dann erlischt dieses Interesse und das Kind interessiert sich plötzlich für Fortnite. Ja, prima. Das hat dann aber nichts mal mit der Schule zu tun. Und dieser Wechsel der Fokussierung von ganz viel zu ganz wenig ist halt ein ganz großes Problem. Dann die Kreativität und die Neugier. Also ich habe ganz, ganz viele Kinder erlebt, die sich unglaublich auf den ersten Schultag befreut haben. Und dann fürchterlich enttäuscht waren, dass man am ersten Schultag nicht sofort lesen und schreiben lernt. Also ich weiß nicht, wie viele meiner ADHSler ich da schon gefragt habe, die dann gesagt haben, ja, Schule war einfach für mich dann irgendwann langweilig, weil ich nicht das gelernt habe, was mich interessiert hat. Und das ist natürlich unglaublich schwierig, wenn man an Lehrpläne gebunden ist. Also ADHSler brauchen Projektarbeit, aber nicht über einen langen Zeitraum, also nicht über Monate. Aber ein ADHS-Kind braucht etwas, wo er halt einen Sinnbezug findet, wo er halt merkt, aha, ich kann damit was anfangen. Und das ist halt durch die Normierung der Lehrpläne immer weiter in den Hintergrund gekommen. Dann ADHSler haben eine unglaubliche Courage, sie sind dann leider aber auch Non-Konformisten und das mag die Schule gar nicht gerne. Viele Klassensprecher sind ADHSler, das sind aber auch nicht immer die, die man jetzt sozusagen ganz vorne, haben möchte. Und wenn man jetzt mal, wenn man jetzt wieder bei Greta Gunnberg dabei wäre, also wenn man jetzt sozusagen mal die Freitagsdemonstrationen nimmt und da ein ADHS-Screening machen würde, dann sind das sicher mehr als 4,7% ADHSler unter den Teilnehmern. Abenteuer und zum Risiko, da kann man jetzt viel zu sagen, aber das, was mir am wichtigsten ist, ist, dass es das authentisch sein. Also jemand mit ADHS braucht dieses Gefühl, eine andere Person ist echt zu mir. Also man verträgt es halt, dass jemand halt auch einem unangenehme Sachen sagt, also dass man halt sich auf den Arsch setzen sollte und lernen muss, aber es muss authentisch sein. Und so ein Geblabber und so Schleim im Mund schmieren und sowas, das können ADHSler auf den Tod nicht ab. Und dieses Gefühl, dass man nicht mehr authentisch leben darf oder dass man halt sozusagen in eine Schublade gepresst wird, das ist für viele ADHSler fürchterlich. Sie müssen halt irgendwie Chef in eigener Sache sein, aber Sie müssen vor allem das Gefühl haben, dass das, was Sie machen, irgendwie auch sinnhaft ist. Also Aufwichtigkeit und die anderen Sachen, da kommen wir dann nochmal. Das, was mir wichtig ist, Adi, Herr Essler, wir verbinden damit immer nur die Hyperaktivität, also die motorische Unruhe. Es kommt ein bisschen zu kurz heute, aber es gibt eben einerseits auch noch den unaufmerksamen Subtyp, das sind also Kinder, die haben die gleichen Besonderheiten von ADHS, sind aber nicht motorisch unruhig. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, das kommt nachher nochmal in der Folie, die haben etwas, was Russell Barkey Sluggish Cognitive Tempo nennt. Das ist so ein bisschen so etwas wie eine Schildkröte oder Schnecke. Diese Kinder sind einfach langsamer als andere, die haben aber nicht diese Selbstorganisationsprobleme. die sind verträumter, die sind leichter abhängbar, sie sind aber eigentlich ganz gut organisiert, sie bräuchten nur mehr Zeit als die anderen. Also so, als ob eine Stunde eben nicht 60 Minuten bräuchte, sondern für die müsste eine Stunde 90 Minuten machen, damit sie eine Hausaufgabe oder eine Klassenarbeit schaffen. Das heißt, ein Stück weit ist es natürlich auch eine Frage des Tempos, in der wir sind. Oder in der wir Kinder jetzt sozusagen erziehen und wie viel Zeit wir denen lassen. Und es gibt halt einige Kinder, die brauchen andere Rahmenbedingungen als so der Neurotypiker. Ich habe jetzt hier mal versucht, so ein paar Screen-Sachen zu finden. Also das, was halt in der Schule auffällt, ist häufig, dass man halt jemand anderen unterbringt, dass man den Lehrer nicht zu Ende reden lässt, dass man ins Wort fällt oder das, was für mich damals auch schwer war, ich war ja ein guter Schüler, das heißt, ich bin immer nicht angenommen worden als Erster, sondern ich habe mich gemeldet, weil ich dachte, das ist wichtig. Ja. Und dann kamen erst mal alle anderen und ich habe mich gedacht, oh Gott, mein Gott, was reden die da? Und dann, ja, Martin. Und dann in dem Moment hatte ich die Frage vergessen. Ganz, ganz typisch, also das heißt, ganz, also viele, ADHSler unterbrechen die anderen, weil sie Angst haben zu vergessen, was sie sagen wollen. Das heißt, ADHS ist auch ein Problem des Zugriffs von Informationen. Dann das Zweite, die Gereiztheit beziehungsweise die Frustration. ADHSler sind schnell genervt und sie sind auch schnell über sich selber genervt. Das Dritte, ADHSler haben sehr, sehr häufig ein grottenschlechtes Selbstwertgefühl. Und auch ein Beispiel jetzt wieder von meinem Jonas, auch dritte, vierte Klasse, eine Schulaufführung, die vier Jahreszeiten. Jonas hat aus mir völlig unklaren Gründen die Rolle des Windes bekommen. die haben halt in den Proben immer mit Schulen geübt und bei der Aufführung irgendwie aus irgendeinem Grund mit Strümpfen. Jonas stürmt auf die Bühne, wie sich das so als Wind gehört, und knallt voll hin. Er hat sich nichts anmerken lassen. Jeder bei den Eltern hat gedacht, das gehört dazu. Er hat dann so einen Monolog gehalten. Es war wirklich toll. Ich bin von 20 Eltern angesprochen worden, dass Jonas Schauspieler werden sollte. Aber Jonas verschwand und war nicht wieder zu finden. Er hat also geglaubt, dass er die gesamte Aufführung verhauen hat und dass alle in der Klasse oder in der Jagenstufe jetzt sauer auf ihn sind. Und er war also zu Tode, das ist noch nicht mal betrübt, das ist ein falscher Ausdruck, er war also vernichtet. Und wir haben ihn halt wie eine Katze, die irgendwo zwischen den Halskörpern ist, wir haben ihn gesucht und nicht gefunden. Und es hat Monate gedauert, bis er da von den Rückmeldungen der anderen dann gelernt hat, dass seine Wahrnehmung falsch ist in der Situation. ADHS ist auch ein Problem der Belohnung. Und das hat etwas mit dem Botenstoff Dopamin zu tun. Also bei Belohnungen wird Dopamin ausgeschüttet und ADHSler haben ein Problem in diesem Belohnungssystem. Also Dopamin wird zwar ausgeschüttet, aber es wird sofort auch wieder aufgesaugt. Es ist eine Art Dopamin-Staubsauger. Und da kommt nie dieses Gefühl von gut gemacht. Das heißt, es muss etwas ganz Besonderes sein und selbst dann fühlt es sich nicht so an, als ob man etwas Gutes gemacht hat. Man hat immer das Gefühl, man hat etwas falsch gemacht, die anderen kritisieren einen, selbst wenn man große Erfolge haben sollte. Und daraus entsteht natürlich ein mangelndes Selbstwertgefühl. Und eben dieses Hauptgefühl von ADHS, was eigentlich für mich das Charakteristischste ist, ich bin anders als die anderen. Ich habe das mein ganzes Leben nicht verstanden, warum das so ist. Also warum ich halt eigentlich super beliebt bin bei vielen, aber wenn wir eine Fete irgendwie hatten, eine Freundin habe ich nicht abgekommen. Ich war der selbische Mülleimer. aber so eine Beziehung mit mir irgendwie nicht. Und in anderen Bereichen eben auch. Also ich habe mich für andere eingesetzt, aber wenn ich was von anderen wollte, dann war das halt irgendwie nicht. Und dieses Gefühl, ich bin anders und das Selbstwertgefühl, das nagt halt fürchterlich. Dann die Vergesslichkeit. Vergesslichkeit ist so eine Sache. Also ich finde, so ein schönes Beispiel, wo es mir aufgefallen ist, ist es gar nicht so sehr, dass man nur vergesslich ist, sondern auch als die Kinder kleiner waren, Romy schickt mich zum Einkaufen. Ich kriege so einen schönen Einkaufszettel, wie sich das für einen Mann gehört. Und da war dann Toilettenpapier drauf. Ich stehe vor dem Stand mit Toilettenpapier. Drei Lagen des Blaues, Vier Lagen des Rotes, 16, 24, 8, Cewa, 16 verschiedene Sorten. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und ich konnte mich nicht erinnern, welches blödes Toilettenpapier wir haben. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen. Sie stehen da und wissen nicht, was Sie tun sollen. Und ich war echt verzweifelt. Ich habe das nicht hinbekommen. Ich bin dann weg von diesem Toilettenpapierstand, habe erst mal den lästlichen Einkaufszettel abgearbeitet, bin zur Kasse gegangen und bin ohne Toilettenpapier nach Hause gekommen. Solche Sachen, da denken Sie auch von sich, Sie sind der letzte Depp. Und so etwas passiert ADHS dann tagtäglich. Das sind also Kleinigkeiten, die immer und immer wieder passieren und die auch den Kindern passieren. Also jetzt nicht mit Toilettenpapier, aber die wollen halt eine Aufgabe komplett machen, die wollen der Lehrerin gefallen. aber es passiert so ein Aussetzer im Gedächtnis und Sie kriegen das mit und wollen es dann besonders gut machen und dann blockiert das Gehirn. Und diese Schwierigkeiten führen halt im anderen Zusammenhang dazu, dass das Kind einen Wutausbruch bekommt. Eine ganz, ganz typische Situation, also ich habe unter anderem in einer Klinik gearbeitet, also in Bad Bodenteich, wo wir auch ein Eltern-Kind-Bereich haben. Und da war Martin, der war, der muss auch so vierte Klasse gewesen sein, der hat eine besondere Hausaufgabenbetreuung bekommen und Martin war ein Mathe-Klinik. Also ich weiß nicht, ob jemand weiß, was Synesthesie ist, also diese Kinder können sozusagen Farben in Bildern sehen oder Quatsch, Zahlen in Bildern und Martin konnte dreistellige oder vierstellige Zahlen miteinander multiplizieren und sah dann halt in Form von einer Farbfolge, was da rauskommt. Das war aber bei uns nicht gefordert, sondern er kriegte das Arbeitsplatz Rechnen bis 20. Da waren schöne Dudelmäuse und sowas drauf und die erste Aufgabe war 15 plus 8. Darf ich da ganz kurz, Synestheten haben auch häufiger das Problem, dass sie Dinge, die sie sehen, bieten. Ganz genau. Und da gibt es den ganz größten Spruch, gerade in Kurzunterricht, wo viele den Hänger wirklich haben und abgehängt werden, wenn man es haben, wie ich, dann machst du LSD, aus den 70ern und das ist wirklich immer noch ein Killer, der unterwegs ist, 50 Jahre später. Naja, also vor allem, der Martin, da hat natürlich jeder Lehrer dann vermutet, dass er mit dem Taschenrechner arbeitet oder Handy oder sowas. Aber das Entscheidende war jetzt halt 15 plus 8. Was ist bei Martin passiert? Martin hat einen Tilgzustand bekommen. Er wusste, das ist 23, aber das kann ja nicht sein, weil da steht ja bis 20. So. Die drei Smileys, die er für Mathe sicher eingeplant hat, die waren weg, weil der kam nicht über die nächste Aufgabe. Er wurde immer unruhiger auf die Idee, die Lehrerin zu fragen, ist er nicht gekommen, weil er halt gedacht hat, ja, die wird sich schon was dabei gedacht haben und er wurde immer unruhiger und wegen der Unruhe ist er dann rausgeschickt worden, also wir hatten dann so einen Raum in der Kinderbetreuung, wo die Kinder hin sollten und er ist dann dahin und da ist er dann dummerweise unseren Kunsttherapeuten begegnet. Der hat halt gedacht, ja, so ein Kind darf jetzt hier aber nicht während der Therapiezeiten rumlaufen und dann hat er so einen Spruch gebracht, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wirst du die Kinder und Jungs sicher triff erlegt. So, weil er ja diesen so wichtigen Kunst, also die Kunsttherapie da gestört. ein paar Millisekunden später kommt eine Ärztin im weißen Kittel ihm entgegen. Es war, also in der ganzen Klinik gab es niemanden mit weißem Kittel, nur diese Frau hatte, es war eine Honorarärztin, die bei uns Bereitschaftsdienst gemacht hat. So, sein Gehirn denkt, das was jetzt gerade der Kunsttherapeut gesagt hat, Kinder- und Jugendpsychiatrie, die kommt aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, immer in 40 Minuten von uns entfernt und holt ihn ab. Daraufhin hat Martin einen Stuhl genommen und hat ihn auf diese Ärztin geworfen. Was jetzt ein Grund für die Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen wäre. Und durch Zufall ist er dann mit unserer Psychologin begegnet und die hat dann etwas gemacht, was sehr sinnvoll ist. Sie hat ihn halt zu sich genommen, hat gesagt, du bleibst jetzt erstmal für 10 Minuten, also für jedes Jahr, wie du alt bist, eine Minute, sozusagen auf so einem stillen Stuhl und ich unterhalte mich mit dem Herrn Winkler nochmal über ganz was anderes. Wir haben uns über Schmitz-Tivoli unterhalten und wenn du dich ein bisschen beruhigt hast, dann reden wir darüber, was passiert ist. Was haben wir gemacht? Wir haben dann halt ihn das aufmalen lassen und zwar rückwärts, also eine Verhaltensbeschreibung, was ist da passiert und sind dann halt sozusagen bis zum Anfang, also zu den Vorfeldbedingungen, nämlich dieses Arbeitsblatt war doof gestaltet. Und diese Ketten, also eine Kleinigkeit passiert und das hat halt eine riesen Auswirkung, das ist ganz, ganz typisch, jetzt nicht nur für ADHS, sondern auch für Autisten, dass sie in so einen Meltdown-Zustand, wie das beim Autismus heißt, kommen, also das heißt, sie können nicht mehr handeln und sie können auch nicht mehr klar nachdenken. bei ADHS-Lern und bei Autisten ist es auch häufig so, dass es einfach eine Reizüberflutung ist. Da müssen wir auch heute hier aufpassen. Mir geht es immer so, wenn jetzt so viele Leute da sind, nach so einer Veranstaltung habe ich am nächsten Tag einen Zustand, der auch wie so ein Meltdown oder Overload ist. Das heißt, ich wache in der Nacht auf, habe tierische Kopfschmerzen, weil es einfach zu viele Einbrücke sind. Und eine Klasse mit über 30 Kindern, die alle durcheinander reden, ist halt für ein ADHS-Kind schwierig. Ich habe das Video leider nicht mehr, aber ein Beispiel, was ich jedem Lehrer auch in der eigenen Psychologie sozusagen ans Herz legen möchte, ist ein Beispiel von einem Kind aus einer Hauptschule in Bremen. Dieser Schüler sollte von der Schule verwiesen werden, weil er eine Aufnahme des Matheunterrichts gemacht hat mit dem Handy. Die Lehrerin legte alle, also ganz, 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 ganz viel Wert drauf, dass dieses Handy einkassiert wird und dass das niemand sehen darf. Er hat uns dann dieses Video gezeigt und dann war klar, warum das niemand sehen darf. Das war ein Hottentottenladen. Also das heißt, es war nicht zu erkennen, wer der Lehrer ist, es liefen ganz, ganz viele Leute da durcheinander, es waren mit Sicherheit 80 bis 90 Dezibel Lärm und ich frage mich halt, wie diese Lehrerin das ausgereiht hat, weil es einfach total laut war. Und die erste Schwierigkeit im Unterricht für Kinder mit ADHS ist, dass es ruhig sein muss. Und das ist eine Qualität, die gibt es kaum noch in der Schule. Die länger eine Unterrichtsstunde geht, desto stärker steigt der Lärmpegel und es gibt Lehrer, die kriegen das einfach nicht hin, aus welchen Gründen auch immer, dass es in ihrem Unterricht ruhig ist. Und das ist jetzt für neurodiverse Kinder halt eine Katastrophe. Das heißt, sie werden halt merken, dass die Kinder, die aus diesem Neurodiversitätsspektrum sind, also hochsensible ADHSler, Autisten, Dyspraxie-Kinder, die werden halt 40 Minuten nach Unterrichtsbeginn, wenn es laut wird in der Klasse, die werden dort auffällig. Und ich habe Eltern immer die Empfehlung gegeben, bei einem Kindergeburtstag, holen Sie bitte das Kind eine Stunde vor den anderen ab, weil das Kind kann dann sich nicht mehr zusammenreißen. Also das heißt, wenn die anderen noch können, ein ADHS-Kind kann das dann nicht mehr, der macht dann Scheiß. Und der Unterricht ist so eine ähnliche Geschichte, also im Prinzip sind 45 Minuten oder 60 Minuten Unterricht ist für ein Kind mit ADHS dann zu viel, wenn es so laut in der Klasse zu gehen. Und je größer die Klassen sind, ganz klar, desto schwerer ist es halt für die Lehrkraft, das irgendwie hinzubekommen, da alle zu beschäftigen und dementsprechend ist es halt einfach auch eine Frage von Geld oder von Bildungsgerechtigkeit, dass wir halt für kleinere Klassen sorgen, damit halt die Lehrer vernünftigen Unterricht machen können. Ich verstehe das nicht, warum wir für alles Mögliche in der Gesellschaft Geld ausgeben, aber die Schulklassen werden immer größer und die Lehrer werden immer kränker. Also das ist etwas, was mir jetzt tatsächlich in Tasso auffällt, wie viele kranke Lehrer es gibt, die im Prinzip alle mit Erschöpfungssyndromen zu uns kommen. Klar, einige von denen haben selber ADHS, aber der Hauptgrund ist ja sozusagen der gleiche, das heißt, die Lehrer werden krank, weil es in den Schulen keine vernünftigen Rahmenbedingungen gibt und die neurodiversen Kinder aus dem ADHS- und Autismus-Spektrum werden aus der Schule rausgeschmissen oder können dann nicht mehr weiter unterrichtet werden aus genau den gleichen Gründen. Also Lehrer, Eltern und Schüler sitzen da in einem Boot. Sie haben eine Frage? Naja, ich glaube, die eine Geschichte, weshalb ich hier bin oder warum ich solche Veranstaltungen mache, ist natürlich, erstmal den Lehrern auch klar zu machen, dass die ADHS-Kinder nicht die Stirnfriede im Unterricht sind, die sozusagen, die sind die jetzt den Unterricht so anstrengend machen, sondern die sind Indikator-Kinder. Also die zeigen halt an, dass dort in der Struktur der Schule etwas nicht stimmt. Und da sollten halt Elternvertreter und ich sage mal Betriebsrat oder Lehrervertretung an einem Schrank arbeiten und zu überlegen, was läuft da falsch. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, es gibt einige Lehrer, die sollten besser nicht Lehrer werden. Ich betreue eine Lehramtsstudentin und bei der bin ich ganz, ganz klar der Meinung, dass die nicht Lehrerin werden sollte. Die ist völlig ungeeignet. Die war schon in der Schule, kam die mit zwei Gruppen von Menschen nicht zurecht, einmal mit den Mädchen und mit den Jungs. Es ist ein Drama, die ist super fleißig, aber die hat sich halt durch katholische Theologie und Geschichte, jetzt schreibt es gerade ihre Masterarbeit, sie hat keinen Schein auf Anhieb bekommen, aber sie ist menschlich einfach, die ist super nett, aber sie ist menschlich völlig ungeeignet in Berufe als Lehrer auszüge. Ja, aber das kommt nicht an. Das ist eine Katastrophe, weil dann zu sagen, was sie lieber machen soll oder anders, wenn sie jetzt ein komplettes Studium sozusagen da sich durchkämpft, das ist schwierig, aber es gibt leider eben Lehrkräfte, die kommen dann an diese Schwierigkeiten, dass sie selber diese Probleme im Bereich höherer Handlungsfunktionen haben und nicht wissen, was da los ist mit ihnen. Also das heißt, wenn die sich behandeln lassen würden oder wenn die Selbsterfahrung bekommen oder Coaching, dann kann man ja durchaus was machen, aber bei diesen Mädchen ist das völlig nicht aussichtslos. Gut, dann Schlafprobleme, da kann man noch viel drüber sagen, aber das, was halt auch gar nicht im Zusammenhang mit ADHS gesehen wird, das ist die Unfähigkeit, sich zu bremsen. Also das heißt, auf Fachchinesisch heißt das Inhibition. Also man tut Dinge, die man besser nicht tun sollte, vor allem sagen, man sagt Wahrheiten, die man besser seinem Chef nicht sagt und bei Lehrern ist es halt ähnlich. Die erwarten eine bestimmte Antwort und wenn die nicht kommt, ist es schwierig. Leider ist es dann auch so, dass wir Eltern uns dann für die Kinder einsetzen und das ist auch nicht immer gut. Also meine Empfehlung für Eltern, gehen Sie nicht allein in ein Lehrergespräch, sondern nehmen Sie jemanden mit, der Sie bremsen kann. Also ich habe bei diesem Physiklehrer von meinem Sohn, der hat eine Klassenarbeit geschrieben, da war die erste Frage, was sind Naturwissenschaften? Mein Sohn hat ungefähr zweieinhalb Seiten dazu geschrieben. Das, was der Lehrer wissen wollte, waren fünf Sätze, die in der Physikmappe standen, also die Kinder von der Tafel abschreiben sollten. Diese Physikmappe existiert natürlich bei meinem Sohn nicht und diese fünf Sätze auch nicht. Aber er hat natürlich alle anderen Aufgaben gar nicht mehr geschafft. Also das war eine klare Sechs, weil er hat da zwar einen tollen Aufsatz über Naturwissenschaften geschrieben, aber nicht das, was der Lehrer hören wollte. Als ich das dem Lehrer erklären wollte, habe ich sozusagen die Situation meines Sohns noch verschlechtert. Und dann ist mir klar, ich muss die Schule wechseln. Ein Freund von mir hat den durchaus richtigen Ratschlag gegeben, schulen Sie Ihr Kind erst mal auf die Schule ein, wo Sie nicht wollen, dass er da den Schulabschluss macht. Weil er wird es da sowieso nicht schaffen. Das heißt, er wird irgendwann Schulwechsel brauchen. Aber so weit sollte es ja auch nicht kommen. Gut, du verlierst gleich die Motivation. Also das ADHS-Gehirn ist ein interessensbasiertes Gehirn. Das, was neu, spannend, herausfordernd ist, da ist der Bildschirm schoner an. Wettkampfbedingungen und Hilfsbereitschaft, das sind auch die Bedingungen, wo halt das Gehirn richtig gut an ist. Und da können diese Kinder tausendmal mehr als andere. Ich habe da immer das Beispiel jetzt bei mir, ich hasse Arztprüfe zu schreiben und Verlängerungen und sowas und ich hatte jetzt in einer Klinik, in der ich gearbeitet habe, hat eine Psychologin mich kurz rübergerufen und meinte, Mensch, ich habe da eine Frage zum Verlängerungsantrag von zwei ADHS-Lern, kannst du da bitte mal drüber gucken? Ich setze mich hin, in zehn Minuten habe ich da so einen Absatz geschrieben und der Verlängerungsantrag geht durch. So, dann fuhr sie in Urlaub und ohne mich zu fragen, hat sie halt vier weitere Verlängerungsanträge mir per E-Mail ins Postfach gelegt. Die lagen da noch am Ende ihres Urlaubs. Es ist für mich was völlig anderes, sozusagen, wenn ich etwas machen muss und ich fühle mich verarscht, als wenn ich das aus Hilfsbereitschaft mache. Die gleiche Aufgabe mit zur unüberwindbaren Schwierigkeit. Wer hat den Ärger bekommen? Nicht etwa die Psychologin, die die Aufgabe nicht richtig delegiert hat, sondern ich. Weil ich habe es ja nicht gemacht. Und aus Sicht eines ADHS, das ist das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. die sozusagen das Lernen und die weitere Motivation total kehrt. Also das heißt, man muss immer gucken, dass man halt die Kinder an der Hilfsbereitschaft bekommt, dass man ihnen Aufgaben im Schulunterricht gibt. Meinetwegen auch mal die Tafel einfach nur wischen und irgendwie dem Lehrer zur Seite gehen, helfen, damit die rauskommen aus dieser Sündenbock-Rolle. Und ADHS möchte hilfsbereit sein. Er möchte halt andere unterstützen. Und komischerweise funktioniert das super gut. Also es klappt auch, dass man halt jetzt ein Kind, wo man denkt, der hat das überhaupt noch nicht verstanden, dem mal die Aufgabe zu geben, dass er jemand anderem was erklären soll. Das klappt ja komischerweise. Ja. Der siebte. Gut aufgepasst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, ja. Das ist das Wunde in der Mitte. Das könnte irgendwie ein ADHSer geschrieben haben, oder? Ja. Das lässt sich auch ständig machen. Ich hatte da bestimmt was. Aber auf den siebten Punkt kommen wir dann noch. Und zwar, das ist, im Prinzip ist es genau dieses hier, das kann man jetzt aber leider nicht so schön erkennen. Und zwar, wie das Gefühl sich freier fühlen. Also das heißt, eigentlich geht es halt ADHS dann darum, zu erklären, was mit Ihnen los ist. Und das hat die Laura ganz schön gesagt. Sie hat nämlich dann gesagt, ich kann nicht erklären, wie sich das ADHS anfühlt und wie schwer das alles ist, wie traurig und wütend ich oft deswegen bin, weil so vieles nicht klappt und alles Chaos ist. Also die Summe von all diesen Sachen ist halt, ich möchte etwas umsetzen, ich streng mich an, aber ich kriege es nicht umgesetzt. Und das ist eben das, was ich schon mal erwähnt habe, diese Performance-Störung. Also das heißt, ADHS, ich weiß, was ich tun muss. Ich weiß auch, wie es geht. Aber ich kriege es nicht umgesetzt. Und jetzt kommt halt so ein bisschen die schlechte Nachricht. Es gibt ja Unmengen an Therapien für ADHS. Also das heißt, Sie können Konzentrationstrainings anbieten, es wird Verhaltenstherapie für Kinder angeboten. Einige Psychoanalytiker meinen, man müsste jetzt Psychoanalyse oder Psychoanalytische Spieltherapie machen. Dann gibt es Leute, die sagen halt, geben Sie den Kindern Homöopathika. All diese ganzen nicht-medikamentösen Therapieverfahren bringen überhaupt nichts. Also was ein bisschen was bringt, ist Elterntraining, aber hauptsächlich, um den Eltern das schlechte Gewissen zu nehmen. Also die Eltern machen nichts in der Erziehung falsch, sondern was ich lernen muss, ist, ich muss halt verstehen, warum die Kinder so sind, wie sie sind und welche Strategien sich da bewähren und welche nicht. Und Selbsthilfegruppen sind eine wunderbare Möglichkeit, dort voneinander zu lernen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was man natürlich als Eltern sonst nie machen würde. Sie würden nie auf die Idee kommen, ihren Kindern zu erlauben, bei den Hausaufgaben Fernsehen zu gucken. Weil wenn das Kind abgelenkt ist durch Fernsehen, das kann ja nicht gut gehen. Bei ADHS-Fern geht das sehr wohl. Beziehungsweise wenn es um Hausaufgaben geht, dann sagt man halt normalerweise, es soll jemand mit im Raum sein, als Aufmerksamkeitsfokus, also besser die Mama, aber die soll bügeln, also der Papa soll bügeln und die Mama soll halt was anderes machen. Also es geht darum, dass jemand mit im Raum ist, der aber nicht quatscht, also der jetzt nicht erklärt, wie es geht, sondern der einfach nur dafür da ist, die Aufmerksamkeit mitzuhalten. Wenn es darum geht, bei ADHS eine Wohnung aufzuräumen, dann holt man sich ein sogenanntes Body Double, also das heißt, eine gute Freundin oder ein Freund lädt man auf einen Kaffee ein und man selber räumt dann auf. So, das ist doch nicht vernünftig, oder? Aber es funktioniert. Und diese ganzen Psychotherapie-Methoden bei ADHS, die sind lang und breit untersucht worden, die helfen alle nicht. Also die schaden, also einige von denen schaden, aber die allermeisten haben einen gewissen Nutzen, wenn ich halt bestimmte Skills vermittele. Ergotherapie bei ADHS kann helfen, wenn die Kinder Erfolgserlebnisse am Ende einer Stunde haben, aber als Methode selber bringen diese ganzen Ergotherapie-Sachen auch nichts. Das sind keine etablierten Methoden. Gute Ergotherapeutinnen sind aber, also meine Schwester ist selber Ergotherapeutin, die vermitteln den Eltern genau solche pragmatischen Handlungsanweisungen. Und Ergotherapie ist gut für die Dyspraxie, also für die Koordinations- und Feinmotorgestörungen. Es ist gut für Hilfsmittelversorgung und solche Sachen. Aber im Sinne von, an der ADHS-Kernsymptomatik was verändern, bringt es nichts, also zumindest nach den Studien. Ich habe nichts dagegen, wenn man Ergotherapie macht, das ist ja das, was wir den Eltern auch immer empfehlen, aber nicht lebenslang. Oder eher so, ich weiß nicht, ob wir Ergos hier haben, was ich sehr hilfreich finde, ist psychisch-funktionäre Ergotherapie bei Erwachsenen. Also da geht es dann halt genau in die Organisation des Alltags, also sozusagen Tipps und Tricks. Aber das ist ja in dem Sinne jetzt keine ursächliche Behandlung, dass ich jetzt quasi sage, ich lerne ADHS sozusagen zu beseitigen oder ich heile ADHS, das geht nicht. Das ist eine Konstitution, die bleibt. Und für mich als Psychotherapeut ist das natürlich besonders bitter, weil ich würde gerne ein Psychotherapieverfahren anbieten, was hilft sozusagen ADHS, die Konzentration, die Ablenkbarkeit, die Impulskontrollstörungen und all das quasi in den Griff zu bekommen. Aber das gibt es nicht. Für schädlich, also ganz klar Psychoanalyse und alles, was mehr als 300 Euro kostet. Nein, es gibt halt jede Menge Wundertherapien, die angeboten werden. Ich sage jetzt mal, Orthomolekularmedizin halte ich für total schädlich. Und Energiemedizin halte ich für schädlich. Und alle Wundersachen, die aber Eltern angeboten werden, Kryptopirolorie und, und, und. Also es gibt Millionen von Sachen, wo sie Unmengen an Geld loswerden können. ADHS selber ist ja keine, keine Störung oder keine Erkrankung, die ich weg therapieren kann, sondern ich kann lernen, damit zu leben. Und was ich halt machen muss, ich kann gucken, dass die, die Folgestörungen weniger werden oder gar nicht erst auftreten. Und das ist halt sozusagen das, was im Elterntraining kommt. Also das, was ich sinnvoll finde, das ist schon dieses Elterntraining nach Cori Neuraus, weil da der selbst betroffene Elternteil quasi mit angesprochen wird. Das, was ich sinnvoll finde, das werde ich heute Nachmittag versuchen darzustellen, das sind so ein paar Eckfeiler. Also das heißt, wie kann ich das Gehirn anschalten, wie kann ich die Besonderheiten von ADHS bei den höheren Handlungsfunktionen trainieren. Also das bedeutet aber, ich muss verstehen, was kann das Gehirn, was kann es nicht. Jetzt hatten Sie, waren zwei Damen, die da fragen. Es kommt jetzt darauf an, ob Sie Ergotherapeutin sind. Also ich muss jetzt einfach vorsichtig sein. Wenn ich mal auf die Idee kommen sollte, mich mit einer Privatpraxis niederzulassen, dann werde ich Ihnen erzählen, dass Neurofeedback eine gute Methode ist. Warum? Neurofeedback kann ich halt, ich kann vier, acht, zehn Kinder nebeneinander setzen und habe eine Arzt-Selfer, die die anschließt und kann sozusagen meine Arbeitszeit verzehnfachen. Rein neurobiologisch geht das nicht. Also es gibt zwar Studien, die auch eine Wirksamkeit von Neurofeedback zeigen, aber die Schwierigkeit bei ADHS ist nicht, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können. Also was ich mit Neurofeedback erreichen möchte, ist ja bestimmte Hirnwellen, die mit Konzentration zu tun haben, die möchte ich verbessern. Und langsame Hirnwellen, Delta- und Theta-Aktivität möchte ich inhibieren. Das geht am Rechner. Natürlich. Also wenn mein Kind Fortnite spielt, geht das auch. Die Frage ist nur, kann ich das in den Alltag übertragen. Und das funktioniert meistens nicht. Also ich habe Patienten, die von EEG Neurofeedback profitiert haben, aber die haben sozusagen das als so eine Art Mantrager, die haben sozusagen abgespeichert, wie sich das anfühlt, wenn sie konzentriert sind, aber das liegt nicht an der Methode. Das können Sie mit anderen Sachen auch. Ich halte es für Geldverschwendung und für Zeitverschwendung, ehrlich gesagt, weil es halt 30 bis 40 Sitzungen braucht, die alle ziemlich teuer sind. Und weshalb ist es Geld- oder Zeitverschwendung? In dieser Zeit müssten eigentlich die Kinder leitliniengerecht behandelt werden. Und leitliniengerecht ist es nicht, Neurofeedback zu machen. Also es ist keine Methode, die nach den Leitlinien empfohlen wird. Man kann die ergänzend machen, aber nicht alternativ. Und die Studien, die eine Wirksamkeit zeigen, die sind immer zusammen mit Methylphenidat gewesen. Also diese Hoffnung, dass ich da eine Alternative habe, das halte ich für unrealistisch. Was Sie machen können, ist, Sie können halt versuchen, die Umgebung so zu verändern, dass es für die Kinder anregend ist. Aber wer kann das? Also das heißt, wenn Sie, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von einer Familie, die im Internet Geld verdient, Tu, was du liebst. Karl Sandens, der lebt mit seinen Kindern auf Costa Rica. Hat 5 oder 6 Kinder, diese Kinder, die gehen nicht zur Schule. Ich glaube nicht, dass die Ritalin brauchen. Ja, aber welcher Papa, welche Mama lebt auf Costa Rica und lebt von Einnahmen von, also da zahlen Leute 1000 Euro, dass sie auch so ähnlich leben können wie die. So, das ist unrealistisch. Wir reden ja davon, wie schaffen wir es, Kinder in der normalen Schule irgendwie zu fördern und durchzubekommen. Aber Sie hatten noch eine Frage. Ja, ich habe gesagt, eben eine Therapie, genau bei psychomotorisches Training oder psychomotorisches Training oder psychomotorisches Training. Ist das ein Training? Ja. Ein Kind, dann ist es mehr, oder? Also, wie gesagt, mein Jüngerer, der eine Dyspraxie hat, der kriegt seit Ewigkeiten eine Ergung. Aber wir reden jetzt ja von reinen ADHS. Da hilft es nichts. Nee. Also, was schon hilft, ist Sport zu machen. Also auch... Also auch... Richtig. Nein, psychomotorisch hilft nicht. Also, das sind... Genau. Ja, ja. Also, Sie können auch ein bisschen gemein sein. Also, das heißt, wenn Sie... Oder was ja gar nicht so unrealistisch ist. Wenn die Kinder in dieser Zeit lieber spielen würden, draußen, in der Natur, tun Sie auf jeden Fall dem Kind was Besseres, als Sie in eine Psychomotorik-Therapie zu bringen. Das Problem ist halt, wir Eltern haben da natürlich immer ein schlechtes Gewissen. Wir sagen halt, ja, wir müssen die Kinder ja fördern. Aber die Schwierigkeit ist, es ist gar nicht so einfach, da etwas zu finden, was die Kinder unterstützt und was ihnen hilft. Und ich habe ja gesagt, ich bin Psychotherapeut geworden, weil ich gerade keine Medikamente verschreiben wollte. Also auch diese Geschichte mit dem Ritalin, das war nicht nur so dahergesagt. Ich habe mir extra die Psychotherapie ausgesucht, weil ich das wirklich scheiße fand. So, jetzt kommt halt dieser Punkt, wo ich so einen inneren Gewissenskonflikt habe, dass es ist so in den Studien, das Einzige, was wirklich als Goldstandard hilft, ist die Medikation. Und ich finde das persönlich nicht gut. Aber, also und zwar nicht, weil ich jetzt gegen Medikamente bin, sondern weil ich mir was anderes wünschen würde. Aber der Unterschied ist halt der, dass die Medikation den neurochemischen oder den neurobiologischen Unterschied halt ausmacht. Ich hatte schon von dem Dopamin gesprochen, aber das, was halt mindestens genauso wichtig ist, das ist etwas, das hat mit dem Aufbau unseres Gehirns zu tun. Also stark vereinfacht ist es so, wir haben hier vorne die Steuerzentrale, also das Frontalhirn, das ist quasi der Supervisor oder der Dirigent des Gehirns. Und wir haben im hinteren Bereich etwas, das nenne ich ganz gern das Affengehirn. Das Affengehirn nennt sich auch auf medizinisch Default Mode Network oder Ruhennetzwerk. Dieses Ruhennetzwerk ist dann an, wenn wir Tagträume haben, das ist dann an, wenn wir in der Nacht träumen, das ist dann an, wenn wir Pläne machen. Und ich bin jetzt ja dreieinhalb Stunden Auto gefahren. Beim Autofahren sollte hier vorne das Frontalhirn an sein. Im Stau hatte ich jetzt Gott sei Dank nicht. Da träumen wir dann auch mal hier hinten so im Ruhennetzwerk. Bis jemand hinter uns hupt, dann springt das wieder hier vorne. So. Das Problem bei ADHS-Kindern ist, oder ein Satz noch davor, das Ruhennetzwerk verbraucht etwa 70% mehr Gehirn als hier vorne unser Vordergrund. Also das heißt, die Verarbeitung der ganzen Eindrücke über den Tag kostet mehr Energie als das Denken am Tag selber. Und das Problem bei ADHS-Kindern ist, dass das Ruhennetzwerk zu Zeiten an ist, wo es besser die Klappe halten sollte. Und das Vordergrund, also das Aktivitätsnetzwerk, ist sozusagen aus, wenn es gebraucht wird. Also die Regulation zwischen Aktivität und Ruhe ist offensichtlich gestört. Und das hat etwas mit dem Dopamin zu tun, also mit dem Botenstoff Dopamin. Und jetzt können Sie natürlich etwas machen, dieses Gehirn zu aktivieren. Das, was wir nachher, oder jetzt gleich in der Pause auch machen werden, ist, wir bewegen uns. Da wird Dopamin ausgeschüttet. Wir essen was, da wird Dopamin ausgeschüttet. Wir rauchen natürlich nicht. Da wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn wir jetzt nicht hier in der Stadthalle wären, dann könnten wir in Lünfeld die Läden alle leer kaufen. Also Kaufsucht, Spielsucht, alles das, was man exzessiv machen kann, Sex, sind alles Dopaminaktivator. So, das Problem ist, das kommt jetzt von einem Psychologen, Herrn Wolf, das ADHS-Gehirn macht sich richtig über Bewegung oder über exzessive Dinge, wo Dopamin ausgeschüttet wird. Mit all diesen Sachen aktivieren Sie hier vorne das Vorderhörn und blockieren sozusagen das Ruhennetzwerk. Methylphenidat, beziehungsweise das, was ich jetzt lieber einsetze, das Elvanse, also ein Amphetaminpräparat, ist ein reversibler Blocker für diese Dopaminwiederaufnahme. Also das heißt, die Gehirne werden halt für eine Zeit sozusagen in die Lage versetzt, mit Dopamin vernünftig umzugehen. Das Dopamin steht zur Verfügung und das Vorderhörn wird aktiviert und das Ruhennetzwerk im Gehirn wird tagsüber blockiert oder etwas gebremst. Und damit haben die Kinder oder auch die Erwachsenen eine Chance, sich zu konzentrieren. Und was viel, viel wichtiger ist, sie haben eine Chance, ihre Emotionen zu regulieren. Da werde ich halt heute Nachmittag noch mal ein bisschen drauf einzugehen, dass eben die emotionale Regulation, das ist das, weshalb sie die Kinder aus dem Unterricht rausschmeißen. Nicht, weil ein Kind halt unkonzentriert ist. Deshalb wird da nicht versetzt. Aber wenn ein Kind halt ständig den Unterricht stört oder Rutausbrüche bekommt oder Lehrer angreift, dann ist das der Grund, weshalb man halt aus den Schulen rausgeschmissen wird. Und Methylphenidat oder Amphetamin ist halt begrenzt für die Wirkzeit, also 5 Stunden, 8 Stunden oder 12 bis 16 Stunden, versetzt es halt das Gehirn in die Lage, wie so eine Art Selbstregulationsbrille, sich selber wieder zu steuern und Konzentration, Impulsivität und Selbstregulation etwas besser in den Griff zu bekommen. Und dann fängt die Therapie an. Also das heißt, Sie müssen quasi wie ein, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber wie ein Kind, was eine Hörstörung hat und so ein Cochlea-Implant, also ein Hörgerät bekommt, Sie müssen diesem Kind dann erstmal beibringen, sich in dieser Welt, also zurechtzufinden. Also das heißt, da fängt dann Psychotherapie oder Ergotherapie an, dass man halt sagt, wir erarbeiten gemeinsam Strategien, wie du mit diesen Besonderheiten umgehst. Und da können wir viel von den Eltern lernen, die hier sitzen. Weil die haben das lebenslang sozusagen gemacht. Die haben Strategien gefunden und sei es da, dass sie halt vier Schultaschen sozusagen bereithalten, weil Sachen immer wieder vergessen werden, also Geodreieck, Radiergummi und sowas im Doppelpack kaufen. Also so alltagsorientierte Strategien, da kann man dann halt eine Menge machen. Aber nach meiner Erfahrung ist es halt so, die Medikation wirkt bei 80% der Kinder, die Psychotherapieverfahren wirken halt ungefähr bei 20 bis 25% und alle anderen Verfahren sind eben ähnlich schlecht, leider. Die Gefahren der Medikation, ja, was ist, wenn das Kind 17 Jahre und wann 50 Tag ist? Dann kriegt es das weiter. Doch. Nein, also, sagen wir mal so, meine Erfahrung ist, ich habe sehr wenig Erwachsene, die als Kind medikamentös behandelt wurden in der Weiterentherapie. Die finden normalerweise Nischen, also weil sie ja auch wissen, was mit ihnen los ist, oder die Eltern wissen das. Ich will auch ehrlich sein, leider ist es so, viele Kinder von Selbsthilfegruppenleitern, also wo ich wirklich sage, die kennen, wissen alles über ADHS, die haben trotzdem dann Schwierigkeiten in der Ausbildung oder entwickeln trotzdem Suchtprobleme. Also es ist jetzt nicht so, dass dann alles gut ist. Aber tendenziell ist es so, die Kinder, die behandelt werden, haben eine viel bessere Prognose, keine Suchtprobleme zu entwickeln, eine vernünftige, also eine begabensadäquate Ausbildung zu machen. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, was aber heute Nachmittag kommt, bei den Komorbiditäten, also ADHS ist eine lebensverkürzende Erkrankung. Also das heißt, die Kinder unbehandelt werden etwa neun bis zehn Jahre, also leben sie kürzer als neurotypische Kinder, wegen Begleitung und Folgestellung. Und da nehme ich jetzt etwas, was Übergewicht zum Beispiel, also solche Sachen sind noch gar nicht dabei. Also das heißt, das ist dann tatsächlich nachher der Vortrag. Die entscheidende Geschichte ist halt, man kann ADHS-Schutz ins Erwachsenenalter behandeln. Ich kenne Patienten, die nehmen das über 20 Jahre, aber die Erfahrung ist halt, dass die meisten Kinder das halt nur für zwei Jahre oder so medikamentös behandelt werden. Und nicht dauerhaft. Die Schwierigkeit ist halt, was, also wenn sie neue Anforderungen haben, also zum Beispiel, sie sind in der Schule soweit ganz gut klargekommen und studieren dann. Dann haben sie wieder neue Anforderungen an die Selbstständigkeit. Dazu sage ich halt heute Nachmittag ein bisschen was, je mehr Anforderungen an diese höheren Handlungsfunktionen es gibt, desto mehr ist dann wieder Bedarf für Medikation. Wenn sie es schaffen, für ihre Kinder artgerechte Haltung hinzubekommen, also dass sie auch mal Sport machen können, dass sie einen Freundeskreis haben, dass sie zu Klassenfahrten mitgenommen werden, dass sie in einer ADHS-Fahrzeit gehen, je weniger Medikationen brauchen sie.